Es ist zehn Minuten nach sechs. Was würde man eher aufgeben? Seine Lebensprinzipien oder eine große Liebe? Ein Buch, das um diese Frage kreist, heißt Die Logik des Herzens. Es ist der zweite Roman von Priya Basil, einer jungen britisch-indischen Autorin, und er ist jetzt auf Deutsch erschienen. Es geht darin um ein Liebespaar, das in der globalisierten Welt zwischen Glauben, Liebe und eigenen Wünschen hin- und hergerissen ist. Heute stellt Priya Basil ihr Buch in Berlin vor. Irene Blüsch hat sie für uns getroffen. Und sie beginnt ihr Porträt gleich mit einer Zeile aus Priya Basils Geschichte. Dein Körper ist die Landkarte meiner Sehnsucht, schreibt Priya Basil in Die Logik des Herzens. Und sie sagt es in einem ihrer vielen Videos auf ihrer Internetseite. Sie bietet Zitate aus ihrem Buch zum Hören an und präsentiert sich dabei freundlich-lächelnd vor ihren Bücherregalen. Hallo, ich bin Priya Basil. Ich habe zwei Novels geschrieben. Der erste, den ich den Ischken Mursch, der zweite, den ich gerade complete habe, ist die obskure Logik des Herzens. Vor genau diesen Bücherregalen sitzt Priya Basil für unser Interview. Hunderte von Büchern reihen sich vom Boden bis zur Decke an einer endlos erscheinenden Wand. Ihr Wohnzimmer ist hell, ansonsten spärlich möbliert. Schon als Kind hat sie davon geträumt, einmal selbst Schriftstellerin zu werden. Doch ihr Literaturstudium hielt sie davon ab, anstatt sie zu motivieren. Ich war wirklich eingeschüchtert, nachdem ich diese ganzen großartigen Romane gelesen hatte und dachte, meine Güte, wie kann ich bloß denken, dass ich das auch kann. Ich hatte nicht mehr den Mut, es zu versuchen. Nach einem Ausflug in die Werbebranche traute sie sich schließlich doch und schrieb ihr erstes Buch Ischk & Muschk, die Geschichte einer Familie, die von den politischen Ereignissen von Indien nach Afrika und Europa getrieben wird. Ein Teil ihrer eigenen Geschichte. Priya Bassels Eltern stammen aus Indien. Sie wurde 1977 in London geboren und wuchs in Kenia auf. Nun lebt sie in Berlin. Ihr zweiter Roman spielt wieder in dieser Welt, die kaum noch Grenzen zu haben scheint und in der sich Menschen leicht verlieren können. Du machst immer Pläne, sagte Lina. Weil du mit Plänen die Zukunft zähmen kannst, antwortete Anil. Lina und Anil glauben ihr Gegenstück gefunden zu haben und sind doch gegensätzlich. Sie, indische Britin, Muslimin aus bescheidenen Verhältnissen. Er, indischer Kenianer, Sikh, scheinbar unermesslich reich. Sie lernen sich um die Jahrtausendwende kennen. Muslime werden nach den Anschlägen des 11. September misstrauisch beäugt. Viele von ihnen ziehen sich immer mehr zurück. Linas und Anils Eltern wollen die Verbindung nicht zulassen. Eine klassische Romeo- und Julia-Geschichte, doch nicht ganz. Es ist nicht nur das Dreieck von Glaube, Familie und Liebe. Es bewegt sich in einem größeren Rahmen und schließlich ist sie selbstständig genug, für sich selbst zu entscheiden. Der größere Rahmen? Die sozial engagierte Lina muss sich nicht nur für oder gegen ihre Liebe, sondern auch für oder gegen ihre Ideale, ihr Gewissen und ihre Religion entscheiden. Priya Bassels Familie gehört dem Sikh-Glauben an. Selbst fühlte sie sich als Atheistin. Gerade deshalb wollte sie mit ihrem Roman ergründen, warum Menschen ihr Leben von ihrem Glauben bestimmen lassen. Und so kommt sie am Ende zu dem Schluss. Wir lieben und kein Gott kann dieses Gefühl kontrollieren oder die Konsequenzen mildern. Priya Bassels eigene Liebesgeschichte war die Inspiration für den Roman. Ich habe eine mildere Form davon erlebt, als ich meinen deutschen Partner kennengelernt habe. Er war älter, er war deutscher, er war geschieden. Und ich musste wirklich ein, zwei Jahre kämpfen, bevor sie ihn akzeptierten. Aber selbst mitten in diesem Kampf war mir klar, dass wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, ich mich für die Liebe entscheiden würde. Heute lebt Priya Bassel mit ihrem deutschen Freund in Berlin-Mitte. Gemeinsam haben sie die Internetplattform Authors for Peace gegründet, Autoren für den Frieden. Ebenso wie ihre Figur Lina möchte Bassel sich sozial engagieren. Mit ihren geliebten Büchern. Ich denke, wenn Menschen ihren Geist und ihr Herz von Literatur beeinflussen lassen, dann kann sie die Welt verändern. Das meint die britische Autorin Priya Bassel. Irene Blüsch hat sie uns vorgestellt. Heute können Sie Priya Bassel persönlich kennenlernen. Sie liest in der Buchhandlung T an der Bundesallee 77 um 20 Uhr aus ihrem neuen Buch die Logik des Herzens. Untertitelung des Herzens